Hier ist Lederator und herzlich willkommen zum 157. Let's Play of Liches. Wir starten mit E4 und unser Mitspieler zieht E5, der Blaclino oder so ähnlich aus Venezuela. Okay, Springer nach F3, wir greifen den Bauern an und laufen nach B5. Das ist die spanische Eröffnung und ich gehe hier gerne in die Abtauschvariante. Vielleicht sollte ich mein Eröffnungssystem mit Weiß mal auf Katalanisch umstellen, weil eigentlich ist mir diese Eröffnung sehr sympathisch. Nur ich spiele mein Leben lang schon Spanisch mit Weiß. F6, ja. Hier gibt es, ich spiele ja ganz selten so Gambit-Varianten. Und hier gibt es aber ein mögliches Gambit, das ich ab und zu gespielt habe. Und zwar Springer schlägt E5. Aber das ist schon etwas verrückt. Und wenn der Gegner weiß, wie er dagegen spielen muss, dann kommt er daraus normalerweise besser hervor als ich. Deswegen lassen wir das mal mit dem Gambit. Ah, ich hätte D4. Wieso spiele ich nicht D4, wenn dann? Also wenn, dann sollte ich schon D4 spielen. Also D4, das bietet sich ja regelrecht an hier. Naja, gut. Also dann spielen wir es ein bisschen langsamer. Ich laufe nach E3 und... Oh! Mhm. Ja, jetzt kann ich den Springer fesseln. Aber ist es gut. Er möchte mich danach einsparen. Er möchte dann sowas spielen und dann irgendwie A6. Ja, H6. Und dann notfalls muss ich vielleicht den Springer schlagen. Was ist, wenn ich jetzt zuerst schlage? Der Springer steht da nämlich recht gut. Das möchte ich nicht. Also deswegen, dann spiele ich auf dieser Fesselung. Und er kann jetzt f4 spielen und danach H6. Und dann bin ich schon fast gezwungen zu nehmen. Aber macht er nicht. Geht aus der Fesselung raus. Auch interessant. Tja. Spiele ich jetzt D4? Sehr interessante Stellung. Sehr kompliziert. Sehr verkästelt. Okay, er nimmt erst da. Jetzt kann ich dadurch zurücknehmen. Und mein Springer steht gut im Zentrum. Sieht auch erstmal gut aus. Ich habe ein bisschen weniger Zeit. Er nimmt nicht zurück. Warum nimmt er nicht zurück? Jetzt kann ich doch hier schlagen. Warum nimmt er nicht zurück? Ich verstehe es nicht. Jetzt hat er einfach... Achso, Moment. Er hat ja keinen Bauen verloren. Hat er ja nicht. Er hat ja keinen Bauen verloren. Okay, den... Hm. Ja, irgendwie... Ja, sollte ich vielleicht doch schon nehmen. So, mein... Hm. Das ist jetzt schwierig. Weil jetzt sind es zwei Figuren hängen aktuell. Also zwei Steine, muss ich eher sagen. Ein Abonnent hat mal gemeint, ich sollte aggressiver spielen. Dann wäre ich noch wesentlich besser. Vielleicht ist da ja was dran. Aber ich sehe jetzt nicht, wie ich... Ich sollte wahrscheinlich den Springer einfach zurückziehen. Das ist das Vernünftigste, oder? Mein Läufer hängt eventuell, wenn er den Springer wegzieht. Dann hängt dahinter möglicherweise mein Läufer. Ich hoffe mal, dass es nicht allzu schlimm ist. Könnte Läufer... Er könnte Springer nach G3 ziehen. Springer G3 ist interessant. Aber ob das so ein guter Tausch für ihn ist... Für ihn ist... Wer weiß. Okay, macht er nicht. Gut. So, dann ich... Ja, aber auf der anderen Seite... Wo gehe ich eigentlich hin? Auch nicht so klar. Irgendwie gefällt mir die Stellung nicht. Irgendwie... Da kann er mich fesseln. Das möchte ich auch nicht. Ja, gut. Ist irgendwie alles ziemlich unangenehm. Die Stellung. Jetzt möchte ich dann vielleicht so zurück. Aber hier wird der Punkt F2 etwas schwach. Auf den guckt er auch gleich mal. Das gefällt mir nicht. Aber ich kann jetzt den machen. Dann tauschen wir ihn ab. Ist okay. Ist okay. Ja, dann habe ich die Turmlinie... Er hat dafür den Läufer. Und ich spiele eigentlich immer lieber mit dem... Normalerweise lieber mit dem Läufer als... Als mit dem Springer in solchen Endspielen. Aber hey, dafür habe ich die Turmlinien. Ist auch was wert. So, gehen wir mal hier hin. Ah, jetzt kann er den Bauer nehmen, oder? Und das sieht er natürlich auch. Gut. Gut. Okay. Das ist jetzt ärgerlich. Das ist jetzt ein bisschen ärgerlich. Naja, gut. In Ordnung. Man spielt sehr schnell, ne? Spielt sehr schnell. So, gehen wir etwas zurück. Dann machen wir den. Ja, wo will er eigentlich hin? Ich meine, selbst mit einem Bauer und mehr. Es sind solche Turmlinien-Spiele ziemlich remieverdächtig. Und wenn er den Springer jetzt nicht nimmt, droht Springer zu 5. Also muss er nehmen. Und jetzt möchte er die zweite Reihe ab. Ich tausche ab. Oder er macht das. Ja, okay. Dann gehe ich mal auf seine zweite, letzte Reihe. Und er spielt brutal schnell. Und ich weiß nicht, warum. Das ist mir nicht klar. Warum. Aber hey. Gehen wir mal dahin. Ja, okay. Möchte es abtauschen. Ich biete ihm mal Chemie. Das wird er natürlich nicht annehmen. Aber jetzt muss er mir erstmal zeigen, wie er das denn genau gewinnen möchte. Mhm. Ja, sein Turm steht sehr gut. Letztlich H4 spielen und dann den König hier hin. Hm. Mhm. Gibt gleich Schach, wenn er Schach geben kann. Interessant. Das kann eine wertvolle Information sein. So, gehen wir mal dahin. Darf er nicht darunter ziehen, weil sonst kommt Schach und der Turm geht verloren. Und seine Bauern hier drüben gehen vielleicht auch verloren. Jetzt gehen sie doch irgendwann verloren. Jetzt muss er hier aufpassen. Aha. Das ist natürlich auch ein interessanter Zug. Ah, kann er da rüber? Hm. Ja, das ist natürlich schwierig jetzt. Und ich habe keine Zeit mehr. Meine Zeit rennt. Wieso spielt der so schnell? Ist das so leicht alles, oder? Naja, ärgerlich. Das gewinnt er jetzt wohl, ja. Naja, der Bauer ist zu schnell. Dann kommt er hier rein, beim König. Das ist der Plan. Oder, was macht er denn hier? Das ist, okay, das ist jetzt ein bisschen komisch. Was spielt er denn hier schon wieder? Achso, und dann kommt er so rein. Okay, ja, das geht natürlich auch noch. Okay, gut. Die Partie muss ich wohl aufgeben. Gut gespielt. Sehr gut gespielt. Ja. Mal schauen, ob ich hier noch irgendwie... Also hier war das wahrscheinlich falsch. Dieses Schachgebot war falsch. Einfach nehmen. Aber, wobei, selbst wenn ich nehme, dann läuft der Bauer eben doch. Den kriege ich nicht mehr. Also das war sehr stark, der Zug C4. Dass er den gesehen hat und vor allem so schnell gesehen hat. Sehr stark, ja. Na ja, gut. Okay. Muss ich mir die Partie vielleicht noch später im Detail anschauen. Die war auf jeden Fall interessant. Wo habe ich den Bauern eingestellt? Wo war der Bauer? Hier habe ich den eingestellt, ne? Ja, da hätte ich einfach... Hätte ich einfach den nehmen können. Alles gut. König nimmt und dann kann ich meinen Bauern verteidigen oder was auch immer machen. Naja, gut. Aber so läuft es eben manchmal. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und mal schauen, wie die nächste Partie verlaufen wird. Und vergesst nicht, gerne dem Ledator-Team beizutreten. Ihr findet es auf Leechers, wenn ihr auf mein Profil geht und dann hier auf Team Ledator klickt. Und dann könnt ihr hier beitreten, wenn ihr auf den Button Tritt dem Team beiklickt. Dann seid ihr auch mit in meinem Team, dem Team Ledator. Und wir werden auch teaminterne Turniere veranstalten. Und es wird auch ein Schachtraining von meiner Seite aus geben. Einen Kurs, wo man sich anmelden kann. Und es wäre ganz gut, wenn ihr davor schon im Team Ledator seid. Und von da aus können wir uns dann alle besser connecten. Wenn ihr meinem Team beitreten wollt, dann findet ihr übrigens auch in der Videobeschreibung einen Link zu meinem Team. Also, tretet gerne meinem Team Ledator bei. Ich freue mich auf euch. Und in dem Sinne, bis zum nächsten Let's Play. Macht's gut. Ciao.